Im Ritter-Server-Gitterstress. Das monatliche Weib steht an. Franke Echse Wohnung und das ist Cyril, Opa, Oma und Tome Kraft. Die Abteilung. Oma ist auch noch hier. Muss gerade heimgekommen sein. Ok. Ab in die Burg. In Teleporter. Na, sind die Farben weg? Na, die kommen gleich. Ja, man sieht sie wieder. Hier ist der Recycler. Wie alle Monate wird alles recycelt und verkauft, was überhaupt möglich ist. Das bringt nicht so viel, wie man glaubt. Aber durch die Masse kommt schon was zu an. Durch die Menge. Ein Stoff. Metallfragmente. Na, was haben wir noch? Ja. Metalltier. Ein hochwertiges Metall rauskommt. Oh, wie hier. Das ist schon was. Das können wir in Ritter-Server in die Währung Patzen verkaufen. Und die braucht man wieder, um die sauteren Items zu kaufen. Und das ist jedes Mal ziemlich Stress. Stressig, stressig. Da wird alles verwertet, was nicht möglich ist. Was überhaupt nicht möglich ist. Jedes klumpert. Na, immerhin Schrott. Kommt, das ist die allgemeine Währung bei Rast. Schießpulver. Man kann praktisch alles verkaufen. Es gibt nur wenige Sachen, was man nicht verkaufen kann. Gut lässt sich Öl verkaufen. Hochwertiges Metall. Schrott lässt sich auch so halbwegs gut verkaufen. Holzsteine. Eher weniger. Stoff geht auch ganz gut noch. Leder geht auch gut, ja. Leder hat einen halbwegs hohen Preis. Aber Metallfragmente, naja. Holz. Aber wenn man gleich eine Million hat, sind auch so in etwa 2.000 Patzen drin. Oder etwas mehr. Widerstoff. Ja, schön. Na ja, was habe ich hier? Ah, das ist das optische Visier für das Gewehr. Das ist sehr gut. Und den Waffenlicht. Wertvoll ist der Elektronik Schrott. Man sieht gleich, was es bringt. Der eine, nur einer bringt 20 Schrott. Na ja, für die paar Sachen hat sich das ausgezahlt. Und andauernd muss ich Öl herstellen. Das lässt sich gut verkaufen. Zwei Liter um einen Patzen. So, wieder retour. Na, ich schau mal raus. Ah. Anderer Code. Na gut. Versuche ich es hier. Ach, anderer Code. Tür Code. Na gut. Dann wieder hin. Ins Haus. Wo ist es quer, wie die Mapp ist? In Teleporter geht das ruckzuck. Hier ist man wieder. Ah, Oma. Was hat sie? Ah, es hat auch einige Rohstoffe gerade heimgebracht. Gut. Die gebe ich gleich in die richtige Kiste rein. Ja, Leder. Das Gewehr kann sie brauchen. Das geht nicht weg. Was hat sie? Kohle. Aha. Edelstein. Das hole ich mir später. Das kommt in den Weibrucksack rein, die Edelsteine. Na, Kleingeld macht auch Mist. Das Ganze verkaufe. Na ja. Da kann man vielleicht 2.000, 3.000 Patzen zusammen. Ah, das stelle ich irgendwo auf. Was ist Feuerbringend? Das gefällt mir gut. Das ist Feuerfass. Das fülltfass. Aha. Noch ist es Tag. Wunderbar. Pferde machen. Jede Menge. Pferdemist. Zum Fressen haben sie auch noch genug. Na gut, in 2 Tagen ist es Weib also. Das ist jetzt Nehmsache. Auch die Pferde kann man mitnehmen und das sind sogenannte Kistenpferde. Da gibt man ein Schloss drauf. Na, so in die 380 Pferdemist habe ich. Das wird jetzt langsam zum Dünger. Wird auch verkauft, klar. Da. Nebenbei bringe ich Öl. Also ich bringe es, aber ich stelle es her. Das wird noch etwas dauern. Und warte ich einfach ab. Naja, Weib haben wir in 2 Tage. Das ist noch genug zu tun. Genug zum Verwerten.